Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Live Im letzten Part hatten wir bei den Zimmern von Kröte, die gerade am Telefonieren ist Werden Streit geslistet Was die sagen wollte sagen Also was sie sagt Das hört sich sehr interessant an Wenn wir mal ein Telefonat zulausen Was da abgeht Ja, ja Hahaha Verstanden Kalamares, was hältst du davon? Hallo? Hallo? Ja, soweit war's im Telefonat So, Spunky, wir spielen Fangen wir mal damit an Mit dem Spielen Ah Es gibt auch eine Verwaltung War es noch nie drin Ah, ok, ok Verstehe, es ist immer wechselnd Charakter und sowas kann man da sehen So soll ich es halt einfach Verstehe So, also Geben wir jetzt zu Spunky Und schauen wir mal was er will Und dann willkommen zu dem Part So, Spielen haben wir fast gedacht Haben auch mal gesehen, dass Mies telefonieren können Was denn jetzt auch nicht Oh Gott, da bin ich so schlecht in der Memory Das weiß es Vielleicht ist er hier nochmal Nein Ja, ach nee Wie ich es immer noch sagen Was ist das nervt Sind sie wieder dran Ach, Gott sei Dank So Sophie Nein, das ist Sophie Peramisu Oh Gott sei Dank Pfff Ach, was heißt sie Schwarzseller Kirstorte Kommt Jawoll Ich glaub das wird was Nein Kann Kann, kann So Eigentlich ist das so gemacht Weil Sophie war hier Und hier war die ähm Was auch immer das ist Was auch immer das ist Boah, da haben wir doch Glück gehabt, dass wir das Memory gesaft haben So Memory ist aber eins Es ist gut fürs Gehirn Weil man es einfach merken muss, wo was ist So, das ist das alles Es ist gut So, wir nehmen wie immer Natürlich mal das Größte Oh geil Ne NDS Jawoll Aha Aber da freut mich wie so ein kleines Kind Geil Geil Die senke ich meinem eigenen Oh, jetzt wollte der sogar noch was Das Boah, da geben wir doch gleich noch was zurück Aber wir wollen das ja alles hier ganz fachgeräst aufklären Ich hab heute nicht wahr Ja, in der Tat ist es heute heiß Also, was willst du denn jetzt Ich habe Hunger Eiei Dann holen wir hier was zum Essen Pizza Pizza ist das, was einfach immer für alle raushaust, hä? Esst Pizza Und das sind die Stecker Kommt da vielleicht nicht auf die Markesliste Okay, sehr interessant Er mag Pizza, aber mag es nicht so gern, dass es irgendwie seinen Lieblingsgerissen gehört Verstehe Hustensaft, das ist gut, falls mal wieder irgendein Wie das Husten anfängt Kann ja mal wieder passieren So, mein eigenes Mie braucht Hilfe Dann schauen wir doch mal hin Was für mein eigenes Mie-Eigene Semester Erste, ob ich dich nicht vernachlässigen Drei Wochen warst du nicht hier, Ebenbild von Nein Nein Ich hab was schon wieder gespielt Ich hab bei dir was vielleicht nichts reingesaut Kann es nur sein Ja, irgendwas cooles Eiei So, mein Ebenbild Du brauchst was sehr, sehr cooles Ich nehme jetzt einmal das da Und zwar In dieser Farbe Finde ich erstmal Finde ich erstmal nicht gut Aber sowas zieht auch in real life das seltenes Game mal wieder an Aber wenn du eine andere Mütze brauchst du noch, die passen halt ehrlich gesagt Danke schön Dann will ich dir jetzt eine andere mitzugeben So, die gibt's dann jetzt nochmal on top gratis Einfach so So, wir müssen da Ich hoffe jetzt gibt's da wieder was wilderes ehrlich gesagt Wir haben die hier halt nur was zu machen Egal, dann müssen wir die Tage nochmal aushalten Ob die vielleicht ein bisschen coolere Caps oder sowas haben Muss mal abwarten einfach So So Also, Sam will was Dann schauen wir mal was Sam will Aber was zuerst Doch, machen wir zuerst Sam und dann Fabi Das ist ne gute Reihenfolge Und dann schauen wir mal an Wenn wir uns gleich über die Mies kümmern Dann tun sie auch die Anfragen um Wie die Kinder dann weg Ja, spielen wir das Hauen wir nochmal Wie kann man dir helfen Och Gott, sind wir wieder Hat einmal nicht gereist Ja komm, ich fang an So, da ist Bongi Und da ist Fabi Das heißt, ey Okay, das ist eh erstmal dran, ne Dann war's doch was anderes Diese hier nehm ich Welche nehm ich denn? Die hier Du bist dran Das ist die hier Bongi Jawoll Du bist dran Ja Kröte, die war Nein Die war da unten Unten links, ne Das ist meine Chance Ja, scheiße Ich hab ja da Eben ist das gemerkt, ne Weil ich wusste, dass Alison Hart Das weiß nur nicht wo Welche nehm ich denn? Die vielleicht Oh, warte, warte mal War das dasselbe Getränk? Ach, da hab ich ja am Glück gehabt Du bist dran Das ist eine Waffe Das ist ein Okay, ob da weiß ich warum Wo das andere davon ist Und das weiß er da auch noch Ja Er trägt jetzt das Fifty-Fifty-Songes Das ist einfach Saft Ja, Saftesatze auch Und er hat Ernst Mernd gewonnen Scheiße Ja, sag mal Ja, sag mal Ich kann mal ein S-Pass-Hub Irgendwie so spielen Schade, schade Aber das machen wir demnächst nochmal Das ist okay Aber immerhin bekomme ich Kosmetik-Teser Ey, was Äh So Also Jetzt wird Pikmin was Und auch noch Fabi Aber Fabi war als Erster Deswegen kann man als Erster Machen das mehr Die größten Reihenfolge Geben Hat Gas gepennt, hm Also Endlich wird es wieder etwas kühler Äh, in Rudolf hat Garnis Aber irgendwann Ball ist das offensichtlich Geben bitte mal meinen Bauch genauer an Okay Blick riskieren Okay Das mag ich einfach so Gerne in diesem random game Das wird sie einfach in den Bauch rein zauen Und halt einfach feststellen Dass da gar nichts ist Sie können es da hier unten sehen Ähm Wir können das auch nochmal in Größer sehen Auch dann Werden wir halt einfach nur sehen Dass man nichts sehen wird Hier hat man ja erstmal einen exklusiven Einblick darauf in größer Ähm Und wie wir sehen Sehen wir halt einfach wirklich irgendwie Ja Ich würde sagen Nix Aber das ist so eigentlich gut wenn da nichts ist Weil da kann ein MS-Audio X sein Oder? Ja genau Da geht nichts außergewöhnliches vor Also so ist der Messer aus Aber wir kommen Geld dafür Und so noch ein Dankeschön Boah eine Kamera, jawoll Krass was das mir hier Die äh Wir wollen ja alles äh Schenken Wir haben ja doch noch geschenkt So dann picken wir doch was Und picken wir telefoniert gerade Hören wir auch da mal rein Ganz exklusiv Ja Für Kelly wäre ein Bildokeel gut So wie Ja 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 Hey So wie So wie So wie So wie So Ich wollte jetzt fragen Ob wir die beim Telefonieren stören sollen Aber wir telefonieren ja Gerade er telefoniert gar nicht mehr Und er ist gerade einfach gegangen Und er ist gerade einfach gegangen Ich wollte dir jetzt gerade helfen Genau in dem Moment ist er einfach gegangen Ja gut pick mit Wenn das so ist kann man dir auch nicht mehr helfen Ja oh aber das hinterher hat lieber hier bei Wo Wenn er so ist Umso besser Dann haben wir einfach nur an Telefon Telefonieren Telefonieren zugehört ne So liebe Leute Das soll es dann in dieser Stelle auch so gewesen sein Für den Part Mit Tom und dazu live Nächsten Part geht es weiter Wenn es da hat sage ich Danke fürs Zusehen Macht es gut Und ciao Glamour Entschwone T vibrin T vibri Säme T vibri T vibri T vibri Das ist T vibri